Wir sind jetzt angekommen hier in Eiendorf. Man kann hier weit ins Land blicken und hier ist der Energieplatz, der alte Kohlplatz aus der Jungsteinzeit. Also was die hier damals gebaut haben, ist schon phänomenal. Die Decksteine dieser Anlage wiegen teils bis zu 20 Tonnen und das steht hier im Landkreis Harburg.